Ihr Lieben, ich bin heute in Nordheim bei Sylvia Ernst, Bühne 3, Mediendesign. Und Frau Ernst wird uns jetzt mal sagen, was ist eigentlich Mediendesign? Was machen Sie, Frau Ernst? Also ich als Mediendesignerin habe mich ganz bewusst auf den Bereich Printmedien spezialisiert, ganz einfach aus dem Grund, weil Papier meine Leidenschaft ist und es immer noch ganz wichtig ist, die Kunden mit allen Sinnen anzusprechen, das heißt also nicht nur ein schönes Layout zu haben, sondern auch das haptische Erlebnis, um das beides zu vereinen. Das ist so mein Ansatz, wo ich sehr großen Spaß daran habe, wie gesagt, für meine Kunden ein schönes Design zu erstellen, aber das auch perfekt auf Papier in Szene zu setzen und dahingehend auch meine Kunden schon vorab zu beraten. Toll, ne? Ich habe es verstanden. Und wo finden wir Sie? Unter www.bühne3.de Schön!